da bin ich hallo und die drei ich hab die schnauze gestrichen heute wieder ist ja gut jetzt hier oh oh bring us assist da und die drei ist klar es kommt aber die letzte fucking dame wieder aus dem deck raus wie aus dem gebüsch gesprungen so da bin ich hallo tot nö ich will jetzt sicher keinen bock mehr ich hab keinen bock mehr ich bin durch ich hab die schnauze gestrichen folge heute wieder gut lag mir und die drei und die drei doch nicht schippen clown will 330 für den bubble boy spendieren geile aktion er in den chat alter er kennt kinder und die drei nein alter der straße höre ich da ein ja gut ich habe immer noch start weg zwar nicht wieder was trotzdem der spot muss sitzen er called ach du scheiße der cold auch noch zumindest haben wir den kreuzbuben oh shit bringt bube und die drei was für ein suck out 100 big blind stack kreuzbuben und bislang mit zwei jetzt die kohlen oh tonka is all in gegen mich ich hab du es ist tonka regen und hat king jack und alter wirklich jetzt Zwei. Nein! Warum? Ich verstehe nicht! Warum verdiene ich das? Trüppel mir ab mit Aspube. Im 55er. Jetzt bin ich tot, ne? Oh! König! Ja! Ja! Nice! Das ist der Deutens. Thomas, mit dem hab ich letzte Woche Coaching gemacht. Ich hab König Bube. So, als ob ich so voll lange überlege. Ich bezahl, weil ich will mir ein Flasch kaufen. Fast. Check. Ja, da ist der Felix. Ich hab schon mal das Taschentuch bereit. Ohja, As4. Alter, was? Alter, was? Ach komm! Ich wollte ihm das Taschentuch schon geben. Er hat mit As4 gekonnt. Hast du das gesehen? Ach komm, ey. Für mich ist heute echt, ey. Was ist los? Ich glaub, hier sind meine Achter nicht gut. Auch wenn es ein 100er Bounty gibt. Das ist schon stark hier. Obwohl es hier ein Triple Bounty gibt, ne? Das sieht schon sehr stark aus. Und ich hätte sie beide schön rasiert, ey. Was für ein Joker. Der Anruf Doppelkau. Ich hab Achter gefüllt. Re-Race. All in. Fand ich nicht so geil im Spot. Aber Doppelbottig. Ist ja gut jetzt hier. Aces in den Chat, Beutel. Aces in den Chat. Ne, ich trink nicht so gern Bier. Aces in den Chat. Es gibt nen Call. Der callte auch. Timo jetzt so. Ach komm, da muss ich auch noch mit rein. Ok, Flop ist eigentlich safe. Es sei denn, jemand hat mit 10. Oh, sehr safe. Ja, Mann. Jetzt dürft ihr gerne 10 haben. Komm. Ach komm. Das ist doch mal ein schönes Blättchen. Das können wir doch mal schön spielen hier. Can't stop. Machen wir da mal ein All-In, würde ich sagen. Wenn der jetzt rein stellt. Das callen wir, Leute. Da tanken wir jetzt ein bisschen. Und dann callen wir. Da hat der nämlich so was wie Ass 10, Ass 9. Moment, das machen wir jetzt hier. Ich bezahle mal. So, hier ist der Call, Leute. Hier ist der Call. Hier ist der Call. So, hat er Ass 10, sag ich doch. Ist nur das Universum. Hat mal wieder ein Stolperstein eingebaut, ja. Ich weiß nicht. So, das ist der Call, Leute. Und jetzt, sag ich den Gerät. Das hat er schon mal wieder drin, also. Und dann mediagroup der Calle, natürlich noch mal abonnt, Weinen ja zwei, weg, ja. All's also mal wieder. Und dann füili doch mal wieder los. Und dann füili doch mal. Und dann füili doch mal. Und dann füili doch mal wieder. Und dann füili doch mal wieder. Und dann füili doch mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020